Jetzt sind schon wieder ganz wieder nervige Mücken und sowas. Die zerstechten uns. Die gehören hier nicht her. Das hier, das wird unser Frühstück sein. Das ist richtig widerlich, dieser Regen. Der muss weg. Ist das widerlich. Wie geht's? Jetzt klatscht das die ganze Zeit über den Kopf. Wir haben gerade eingekauft und ich habe ihn hier getroffen. Und wir werden jetzt gleich zum Fluss hinlaufen, um dort zu grillen und uns zu pendeln und so weiter. Das wird wieder richtig geil. Und darauf wird erstmal ein Orangensaft getrunken. So, nachdem ich drei Tage Bierpause gemacht habe, werde ich jetzt mit ihm hier ein Bier trinken. Hier Prost. Hier Prost. Hier Prost. Auf das, dass wir später ganz viel Fleisch fräsen. Grüße alle Kleinwüchsigen. Ich habe gerade mein Fummelhaus gezogen. Und jetzt laufen wir nach Richtung da lang. Über die Weserwehr drüber. Zur Richtung, zu dieser Richtung, wo wir heute später pennen werden. Und grillen. Und am nächsten Tag den Kopf ins Wasser da rein tunken. Guckt mal, wir laufen hier über diese Weserwehr rüber. Und hier spritzt die ganze Zeit Wasser runter. Und da ganz hinten da ist Rohr mit Dampf oben drauf. Guckt mal. Hier. Ihr wisst schon, was ich damit schon mal gemacht habe. Genau das hier auch schon mal da aufgemacht. Das war richtig geil. Das kann ich euch nur alle empfehlen. Oder ach, ich mache einfach eine neue Szene für euch fertig. Guckt mal, dieser Schiff. Und dieser Schiff da ganz hinten. Die werden beide in dieser Schiffskatapultiereinlage eingeführt. Und wenn die dann vollständig hier eingeführt worden sind, dann werden die so hochkatapultiert. Und dann, wenn das passiert ist, dann werden die nach da ganz hinten hingeworfen. Zu der Seite da hinten. Das wird jetzt gleich hier passieren. Aber wir müssen grillen und haben keine Zeit dafür. Und deswegen zeige ich euch das Licht weiter. Aber das passiert dann hier gleich. Wir haben hier eine Bank gefunden. Und wir machen jetzt gerade Bierpause. Oh, mein Nagel ist abgebrochen. Widerlich. Gebrust. 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 So, wir gelaufen jetzt nach Richtung da lang. Ich bin richtig reu, Dick. Guck mal. Guck mal da. Langsam dunkle kommt. Das heißt, ich muss gleich Licht anmachen. Das ist richtig widerlich. Igitt. Jetzt kommen auch noch Fahrradfahrer hier an. Das stört uns. Das stört unsere Aufnahme. Das ist richtig widerlich. Igitt. Das ist insektenhaft. Das ist Durchfall. Gebrust. Ich grüße dich, Fabian Arnold. Vielen Dank für das Abschließen einer Stufe 2 Bierpower-Kanalmitgliedschaft. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. Hier sind schon wieder ganz viele nervige Mücken und sowas. Die nerven uns. Aber genau hier müssen wir durch. Wir werden eine richtig verranzte Kakerlake. Wir sind richtige Kakerlake. Wir müssen hier durch. Wir sind richtige Würmer. Da ganz hinten da ist so ein richtig geiler See. Hier sind richtig viele Scheißmücken. Die zerstechten uns. Das ist richtig widerlich. Das muss weg. Die gehören hier nicht her. Die müssen weg. So, wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Und der Herr Goldmann, der versucht jetzt ein, ähm, wie heißt es nun mal, so eine Hängematte hier aufzubauen. Der Herr Goldmann versucht sich reinzulegen. Ist der Platz unter mir? Fünf Zentimeter Platz. Ist richtig geil. Perfekt. Hast du perfekt eingerichtet. Vielen Dank. Und jetzt werde ich meinen Schlafplatz aufbauen. So, mein Tarp ist hier aufgespannt. Das heißt, mein Schlafplatz ist aufgebaut. Und für den Fall, falls es irgendwie von da ganz oben, ähm, regnen sollte, dann kann der Herr Goldmann, ähm, ganz schnell hier unter diesen Tarp hier kriechen. Deswegen habe ich diesen Tarp hier genauso aufgebaut, wie der aufgebaut ist. Und genauso, wenn hier jetzt plötzlich ein Gewitter kommt, dass dann, ähm, wenn hier von irgendwelchen Büschen hier irgendwelche Buschfrauen rauslaufen, dass die auch hier drunter flüchten können. Ähm, weil, guck mal. Ich habe hier natürlich meine romantischen Kerzen hier vorhanden. Die werde ich dann später anmachen. Wir werden jetzt grillen. Es wird jetzt alles so richtig gegrillt. Oh, endlich, Alter. Ich habe so Hunger. Ich habe Appetit darauf, äh, für euch das Videos drehen, wie ich mit, äh, Dave Goldmann fräsen tue. Oh, ja. Äh, Fleisch und Chihuacici und, ähm, Kräuterbaguette. Mit, ähm, Ketchup, Kuri Ketchup. Oh, ja, Mann! Ja! Und, ähm, Kartoffel, Billigkartoffelsalat. Äh, Chemiekartoffelsalat meine ich jetzt. Genau. Du siehst aus wie eine bewegliche Raupe, die sich zu, zu so einem komischen Kokon verwandelt. Aber wenn ich mich zu einem Kokon verwandelt, dann, ähm, verwandel ich mich auf jeden Fall zu einer Motte. Zu einer richtig fetten, dreckigen Motte. Motten sind richtig geile Tiere. Die können, ähm, Staub, äh, produzieren. Wenn die einen gegen, gegen die Stirn fliegen. Oh, scheiße. Das ist richtig geil, dass es immer wieder hier runterknickt und sowas. Das ist immer wieder spannend. Das ist richtig geil, das anzugucken. Das schwör ich euch. Das ist... Und, ähm, vor allem, das riecht so gut und sowas. So, das Fleisch ist fertig. Oh, scheiße. Das ist richtig, ähm, unanständig. Sind wenigstens Ameisen dran? Ne, leider sind hier keine Ameisen vorhanden. Die, die fehlen. Die, die fehlen. Die müssen herkommen. Die müssen mitgefressen werden. Ich habe jetzt für mich und Herrn Goldmann genau so einen Teller hier fertig gemacht. Und genau, und jetzt, ähm, haben wir, ähm, das hier. Die Spaghetti. Und das hier, das ist jetzt unser Frühessen. Es schmeckt zwar etwas anders wie auf dem Grill, aber trotzdem ist das Fleisch richtig geil. Genauso wie das Spaghetti. Guck mal, wir haben hier so lange gechillt, dass hier, ähm, wie heißt das nochmal? Ähm, dass hier die Sonne hochkommt. Und, äh, und, ähm, guck mal, hier unten auf dem Boden, da sind ein paar Ratten hier rumgelaufen. Und, äh, das heißt, äh, optimale Bedingung, dass wir uns jetzt hier schlafen legen. Wir sind auferstanden. Und das war richtig geil gewesen, hier zu pennen. Das könnt ihr, äh, äh, das könnt ihr, äh, äh, uns glauben. Und, äh, guck mal, guck mal hier. Da ganz hinten auf dieser Brücke, äh, die stehen da im Stau, diese LKWs und sowas. Und, äh, wir feiern das, weil wir hier gepennt haben und uns das angucken können. Guckt euch mal diesen, ähm, Herrn Goldsmann hier vorne an. Der schwimmt hier rum in diesen, ähm, widerlichen, dreckigen, äh, Fluss oder wie das heißt. Und, ähm, ich werde gleich hier auch rumschwimmen. Und darauf, dass wir hier in diesem Wasser hier schwimmen, ähm, werden wir jetzt erstmal ein Bier trinken. Geprost. Geprost. Ich möchte Bier und, äh, alkoholische Getränke nicht verherrlichen. Aber, ähm, Bier und Wasser zu trinken ist schon herrlich. Und hab dich mild. So, Dave Goldmann ist gerade zum nächsten Nidl gegangen, um dort einzukaufen. Und, ähm, darauf, dass er da hingelaufen ist, äh, pass ich gerade auf die Sachen auf. Und das ist richtig geil, hier rumzuliegen. Deswegen ist das geil. Den Herrn Goldmann, dem müsst ihr auf jeden Fall alle folgen. Weil der ist auf jeden Fall ein krasserer Mensch als ich. Weil der hat alles aufgegeben und ist einfach losgelaufen. Außer seinen Wohnwagen. Ein ganzer Sack. Der, der Herr Goldmann ist wieder zurückgekehrt. Mit einem ganzen Sack, äh, voller, äh, das hier, was hier drin ist. Das hast du richtig gut gemacht. Vielen Dank. Egal, ich hab mich dreimal verlaufen. Ich wäre eine richtige, äh, hier, Kellerassel. Ich bin eine Fliege, die rumscheißt, äh, an Gardinen und sowas. Guck mal, weil der Herr Goldmann hier rumpisst, ähm, pennen wir hier noch eine Nacht. Genau hier an dieser Stelle. Und, ähm, da drüben, da sind, ähm, äh, Zuschauer, die hier auch da sind. Und genau, genau, das ist der einzige Grund, warum wir hier noch eine Nacht hier rumpennen. Aber genau, wir pennen hier noch eine Nacht und wir grillen später rum. Da freuen wir uns drauf, wenn später wieder Dunkle kommt. Aber es ist jetzt gerade schon wieder abends. Das heißt, dass es darum nicht mehr lange ist, dann müssen wir grillen tun. Guck mal, langsam Gewitter kommt. Dieser Tab, der klatscht mir langsam ins Gesicht rein. Und, äh, dieser Gewitter, der ist da ganz hinten oder so. Und, äh, der kommt gleich. Das heißt, äh, gleich geht's richtig los. Der Gewitter, der wird uns gleich richtig belästigen. Äh, 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 äh. Der Regener muss weg. Der Regener nervt uns. Guck mal, wie das hier hier rumspritzt und sowas da hinten. Boah, und dann blitzt das auch noch und sowas. Das ist, das ist richtig widerlich. Das ist richtig widerlich, dieser Regen. Der muss weg. Bah, und dieser Gewitter, und der muss auch weg. Die müssen weglaufen. Die müssen nicht hier verschwinden. Verschwinden die. Die gehören nicht hierher. Wir sind wach. Es hat die ganze Nacht geregnet, aber so richtig. Äh, äh, in Strömen und sowas. Und, äh, bis eben gerade hat es die ganze Nacht richtig durchgeregnet. Das hat richtig genervt. Wie das hier die ganze Nacht getropft hat. Auf dem Tab drauf. Das war richtig belästigend. Jetzt wird Frühstück gebraten. Das hier, das wird unser Frühstück sein. Wir sind ab Frühstücken. Jetzt wird Koffein hergestellt. Ja, draußen, um in der Natur Kaffee zu saufen, ist geil. Das ist nur zu empfehlen. Das, das rockt. Das rockt richtig. Also, wisst ihr, was mich die ganze Zeit richtig belasten tut? Und zwar, wo das heute Nacht so stark geregnet hat. Äh, da hab ich vergessen gehabt, noch mehr zu filmen. Weil ich war irgendwie müde gewesen. Und das hat die ganze Zeit geregnet, geregnet, geregnet. Das war richtig widerlich. Das hat uns gestört. Aber wir wurden, wir blieben trocken. Das ist sehr gut. Aber trotzdem war dieser Wetter richtig widerlich gewesen. Und es hat auch noch gedonnert und geblitzt und sowas. Das hat, das hat gestört. Guck mal, guck mal da hinten. Da schwimmt was rum. Ähm, ich zoome mal einmal ran. Guck mal, was da hier rumschwimmt. Das hier, das ist, ähm, der Kopf von Herrn Goldmann. Der schwimmt da jetzt gerade rum. Und guck mal, wir haben schon, äh, bald die 48 Stunden durch. Das heißt, wir werden das mal gleich, äh, zusammenpacken. Ne, erstmal ein Bierchen trinken und dann zusammenpacken. Geprost. So, ich habe gerade diesen Tarp abgebaut. Also diese Überdachung, die hier war. Äh, und ich muss sagen, das hier, das ist ein sehr guter Tarp. Weil, ähm, die gesamte Nacht lang, äh, bis heute Morgen, hat es dauerhaft Starkregen gemacht. Also das hat sie richtig getroffen. Und, ähm, und da ist kein Wasser durchgekommen. Das heißt, unsere Köpfe, die blieben trocken. Und genauso wie unsere Sachen auch. Der ist auf jeden Fall sehr gut. Äh, sehr guter Tarp. Grüße alle Tarpiere. Guckt euch mal diesen hässlichen Sonnenuntergang da vorne an. Der blendet uns gegen unseren Kopf und gegen unsere Augen und sowas. Die Pupillen, oder wie das heißt. Das nervt uns. Ich bin eine richtige Verranzung. Wenn ich ganz doll schielen tue, dann kann ich mein Gehirn sehen. So langsam geht die Sonne da vorne runter. Das heißt, ähm, wir haben die Sachen gepackt. Vollständig. Und deswegen jetzt zurücklaufend Start kommt. Guckt mal, wie widerlich das hier ist. Jetzt muss ich, ähm, diesen nervigen schweren Wagen diesen ganzen Deich hier hochlaufen. Der nervt uns. Der ist anstrengend und sowas. Der ist richtig widerlich. Dieser Hügel, der gehört hier nicht her. Der muss weg. Der Hügel muss weg. So, wir sind gerade von da unten hier hochgelaufen. Über diesen Hügel. Auf dem Weg drauf. Und dann guckt mal. Guckt mal hier. Guckt euch das mal an, was hier rumliegt. Der ist richtig geil. Der hier. Den kann ich nur empfehlen. Die Dinger sind richtig verdammt geil. Die sind richtig geil. Die sind richtig geil. Die sind richtig geil. Die sind richtig klingel. Die sind richtig klingel. Das kann ich nur empfehlen. Das kann ich euch nur beraten, dass die hier geil sind. Die kann man sogar so umdrehen. Kukumba. Du hast ihn geköpft. Gib was. Guck mal. Wir laufen jetzt über diese Schiffskatapultieranlage hier drüber. Also da, wo die ganzen Schiffe dann hier hochkatapultiert werden. Das habe ich schon mehrmals erzählt. Aber für die, die neu sind. Genau da hinten. Da ganz hinten. Da fahren irgendwelche Schiffe oder Boote oder wie das heißt rein. Und wenn die dann hier sind. Dann werden die hochkatapultiert. Und dann. Und dann nach da hin. Und dann werden die nach da hinten hin hingeworfen. Das passiert jetzt gleich mit diesem Boot, das hier kommt. Aber wir haben gerade keinen Bock drauf. Hier zu warten. Damit ich euch das aufzeichnen kann, wie das dann gleich passiert. Und deswegen laufen wir jetzt weiter. Guck mal. Guck mal Leute. Guck mal hierher. Das hier. Das ist blaues Licht. Und wisst ihr was das macht? Guck mal hierher! Djenige Gemeinschaft! Guck mal hierher! Na, nichts tui! Guck mal hierher! Ehhhhhh! 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 Ehhhhhh!